So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Fußballmanager und ja, wir hatten ja vor zwei Folgen, beziehungsweise ja, doch, vor zwei Folgen war es, hatten wir eine Umfrage gemacht, wen holen wir jetzt im Sturm? Die Beteiligung an der Umfrage war natürlich nicht so toll, sag ich mal, aber es wurde sich dann doch für Von Wolfswinkel ausgesprochen, der auch mein Favorit ist, da ich ihn ja auch mit meiner Macht als Bondscoach in die Nationalmannschaft rufen kann, was ich dann wahrscheinlich auch machen werde. Und somit sieht das auch ganz gut aus dann. Ähm, weil das ja gerade so gut geklappt hat, würde ich gleich nochmal gucken, dass wir uns noch einen Ersatzkeeper suchen, ne, den brauchen wir auch noch. Einen Torwart, der kann ja ruhig älter sein, ist überhaupt kein Thema. Ähm, Talent ist mir auch relativ wurscht. Sollte vielleicht so um die 70 Stärken haben. Torhüter. Und ja, er sollte nicht mehr als, äh, Ich sag mal so nicht mehr als 2,5 Millionen, ne, würde ich ausgeben wollen für ihn. Achso. Achso, das war Minimum. Ha. Maximum nicht mehr als zweieinhalb Millionen. Da müsste es auch ein bisschen was geben, dann gucken wir mal, was da so am jüngsten ist. Amse von Augsburg, uah, ist ein bisschen talentfrei. Er ist ein bisschen teuer schon, ne, echt ein bisschen teuer. Hier von Rubin Kazan, kostet auch eine Million. Max Grün. Vom FC Basel. Was haben wir hier noch? Malafee, den wir auch schon öfter mal gespielt haben. Der wird aber wahrscheinlich ein bisschen viel Gehalt verlangen, ne. Für den möchte ich jetzt nicht so viel Gehalt zahlen. Paul Robinson. Hat auch eine ganze Menge Gehalt, ne. Was ist mit dem Franzosen hier? Uah, ne. Auch zu teuer. Der Torwart von Dynamo Kiew. Kann man das Gehalt? Ja. Sag mal, maximal so 750.000. Mehr will ich da nicht investieren. Dann wird es schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Dann können wir hier Granzel holen. Der kostet mir allerdings in der Ablöse schon ein bisschen viel wieder. Und dann sind wir wieder bei Max Grün, ne. Ist nervenstark, ehrgeizig. Ja komm, unterbreiten wir ihn einfach mal ein Angebot. Oh, kann für eine Million direkt wechseln. So, machen wir doch mal ein Angebot, ne. Das Angebot wurde akzeptiert. Der Berater wird sich in Kürze mit ihm treffen. So, dann haben wir Max Grün schon mal. Und dann gucken wir mal in unserem Blickfeld vorbei. Und schauen mal bei Van Wolfs Winkel. Ja, der wird auch nicht billig, ne. Der wird auch nicht billig. Schauen wir mal, was da so zu machen ist. Transferwert 5,5 Millionen. Und wir können hier, den wollen sie wohl nicht so. Weil die sind hier nicht so miteinander. Könnten wir recht günstig kriegen. Und da breiten wir mal das Angebot hier. Und gucken mal, was passiert, würde ich sagen. So, dann können wir auch erstmal einen Tag weitermachen. Bevor wir uns dann weiter überlegen, wie wir noch weiter verfahren. Ja, aber ein Spieler will ich nicht seiner Qualität, ne. Ja, 1,8 Millionen wird er bei uns auf keinem Fall verdienen. Das kann ich schon mal, das kann ich schon mal versprechen. Abstieg. Da geben wir ihn ruhig nur ein Jahr. So, kriegt er noch 1% pro Jahr drauf. Bieten wir ihn 850.000 an. Mit dem Hinweis, er ist Ergänzungsspieler, ne. Gucken wir mal. So, Köln steht dran. Und Ricky von Wolfswinkel. Ja, das wird ein guter Spieler, glaube ich, ne. So, 8.000 neue Mitglieder. Damit sind wir auf Platz 5 in der Liga. Sehr schön. So, spielt Holland auch nochmal. Ja, wir spielen hier nochmal gegen Norwegen. Das ist das Verfolger-Duell, ne. Gucken wir mal. Norwegen war es weiter. Ja, so ist es. Dann weiß ich nochmal ein wichtiges Spiel. Und da ist Ricky. Da kommt jetzt Ricky. Ricky kommt ins Spiel. Da müssen wir jetzt mal gucken, ne. So viel wollen wir ihm auch nicht zahlen. Und gewinnen 10%. Abstieg frei. Dann kriegt er hier noch 2 Jahre drauf geballert. Ja, wenn er will, kann er für 22 Millionen dann gehen. Also, für 22 Millionen darf er gehen, ne. Da bin ich jetzt, da bin ich nicht, äh. Da bin ich nicht traurig drum. Ja, machen wir mal das Angebot. Spiel des Monats wird Luke de Jong. Max Grün wechselt schon mal. Der kommt zu uns für eine Million. Haben wir schon mal den ersten, den ersten 9 gekauft. Ja, einen Rechtsaußen brauchen wir noch ganz dringend. Ähm. Davies ist auf jeden Fall noch nicht so weit nächste Saison. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Der muss da noch ein bisschen bleiben. In der zweiten. Deswegen wäre ein Rechtsaußen nicht verkehrt, ne. Wir können ja mal gucken, was es da so gibt als Rechtsaußen. So, gehen wir mal auf RA. Nur beste Position. Nehmen wir das mal weg. Gucken wir mal, was wir da finden. Ach so. Rechtsaußen gibt es gar nichts, oder was? Wo ist denn da das Problem jetzt hier? Es gibt keine Rechtsaußen? Kann ich ja nicht so ganz nachvollziehen, ne. Kann doch nicht sein, dass es keine Rechtsaußen gibt. Irgendwas muss doch hier gerade falsch sein. Was, was, was stimmt hier nicht? Ah, ich glaube, ich weiß, was da war. Wir hatten Gehalt 0 Euro, glaube ich. So, gucken wir jetzt nochmal. Rechtsaußen, nur beste Position, nur realistisch. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt was finden. Jetzt finden wir was. Wir haben hier zum Beispiel Miralas. Der ist allerdings gelb angezeigt. Das ist wahrscheinlich nicht so ein gutes Zeichen. Heumenson von Bayern München. Ja, den können wir uns beim besten Willen nicht leisten. Wir brauchen ja auch nur ein Backup. Und auch dafür wollte ich jetzt nicht so viel zahlen. Gucken wir mal für 5 Millionen, ob wir da was finden. Dann haben wir zum Beispiel Sidney Sam von Leverkusen. Wäre auf jeden Fall ein interessanter Mann, der Sidney. Für einen will den Spieler halten. Aber rechtsaußen brüchten wir noch einen, ne. Ja, wir unterbreiten ihm mal hier das Angebot. Mal sehen, was da so rauskommt. Mal gucken, ob sie da geneigt sind, das anzunehmen. Gut, ansonsten ist hier nichts zu tun. Ansonsten gibt es hier wieder jetzt Action mit der Nationalmannschaft. Wir müssen wieder ein bisschen tauschen. Anita geht jetzt ins defensive Mittelfeld. Ja, hoffen wir mal, dass wir hier was reißen können. Gucken wir uns das Ganze wieder im Textmodus an, ne. So, der Platz muss umgegraben werden. Wir spielen in Norwegen. Wird nicht einfach. Und die erste Minute, gleich die erste Möglichkeit. Nur Schneider hier. Auf Percy. Ja, so eine Spieler sind wir uns noch nicht zu finanzieren. Da müssen wir uns nichts, da müssen wir uns keinen Hiel drum machen. Und da kassieren wir das erste Gegentor. Joinge Berget haut uns das 1 zu 0 rein. Extrem weiter Einwurf von Askar. Mohamed Abdellaue verlängert. Und Joinge Berget ist eine Winzigkeit schneller als Heitinga. Und ja. Der Geil geht vom Innenpfosten unhaltbar fürs Gecklenburg ins Tor. Naja, ist halt so. Jetzt nachsetzen wenigstens. Kommt weiter so. Hollerle sind offensiv. Wie immer. So Ecke Heitinga. Faustet weg. Heitinga muss schmunzeln. Deswegen trifft er den Ball nicht richtig. Achso. Viel Gift drin. Es geht hier auch um einiges, ne. Ist ja Qualifikation zur WM, glaube ich. Da muss man schon reingehen in die Zweikämpfe. Da muss man schon was bieten. Die Niederlande sind am Drücker und die Norweger, die kontern hier. Vor allen Dingen der Berget. Der hat sich was vorgenommen. Ei, ei, ei. Verzieht einen Schuss aus gut 25 Meter. Deutlich. Da muss man im Abschluss ein bisschen genauer werden. So, konzentrieren hier. Oh, Glanzparade. Schade. Müssen wir den Einsatz ein bisschen erhöhen in der Pause, ne. Dass wir da noch ein bisschen rankommen. Dass wir da noch den Ausgleich auf jeden Fall erzielen. Na, zur Halbzeit im Rückstand. Ja, schiedsricht er scheinbar, seine Karten vergessen zu haben. Das war nicht der Matchplan. So, hier können wir einfach mal ein bisschen durchquatschen. Dann werden wir den Einsatz ein bisschen erhöhen. So, wie wir das Pressing weiter nach vorne ziehen. Und hoffen dann so. Vielleicht die ein oder andere gefährliche Situation noch für uns hinzubekommen. Anita. Wollt flanken, wird zur Ecke geklärt. Und wieder ist es Anita. Aber André Hansen, der Torwart, regt sich und fischt den Ball aus der Luft. Der scheint auch einen guten Tag erwischt zu haben. Es kommt ein bisschen wenig hier. Verletzungen bei Norwegen. Holki muss runter. Groner kommt. Ja, wen wird es hier auch bringen jetzt, ne. Unglückliche Aktion von Askar. Der nächste Verletzte. Was ist denn hier jetzt kaputt? Überbring mal Flav. Für, für Fandarine. Der sieht ein bisschen K.O. aus. Ja, und von Percy kommt auch nicht viel. Ja, Fütter ist die erste Niederlage hier in der Quali. Sieht so aus, wir schmeißen unser Team mal ein bisschen nach vorne. Moment, bin gleich wieder da. Ja, es ist immer zu lustig, wie das Telefon immer dann klingelt, äh, wenn man aufnehmen will. Ach ja. Na gut, äh, verpasst habt ihr jedenfalls nichts. Es geht direkt weiter hier. 73. Spielminute. Übrigens klingelte zu dem Telefon separat dann auch die Tür klingelt, wo noch ein Paket kam. Also es ist, äh, das ist, äh, verhext, ja. Das passiert halt, wenn man zwölf Uhr mittags aufnimmt. Da ist hier in Hamburg das Leben am, am Zenit, ja. Da geht hier einiges. So, 78. Minute. Es sieht nicht gut aus, ne. Bring mal Huntela für, von Percy, der irgendwie ja sich überhaupt nicht durchsetzen kann. Und bring mal Gossens noch für, äh, für Robben. Der auch, äh, an der Kauleiste babbert da. Da geht auch nichts. Ein bisschen schade hier, ne. Habe ich mir mehr ausgerechnet. So gewinnt es ja auch keine WM, ne. Müssen wir uns auch überlegen, ob wir die WM denn im 3D-Modus machen. Könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir eine gute Möglichkeit. Ja, 80. So, da ist das Tor. Jawoll. Geht doch. Jan Klaas Huntela, der ist gerade mal eine Minute auf dem Platz. Und Gossens, ne. Gossens liegt vor auf Huntela. Ja, ja, was war das denn für Wechsel, meine lieben Freunde? Da haben wir den Erfolg eingewechselt. Das, äh, ich glaube, da kann ich mir mal auf die Schulter klopfen jetzt, ne. Das war gut. Jetzt vielleicht noch eins hinterher, ne. Einfach die, die saubere, die saubere Bilanz halten. 84 Minuten rum. Sechs Minuten noch hier zu gehen. Spieler von Norwegen wirken müde. Und da ist ein Tor gefallen, aber ich habe nicht gesehen, was los war. Tor ist gefallen für wen? Für, für uns. 2 zu 1. Wesley Snyder macht es. In der 90. Beziehungsweise der 89. Minute. Ah, ist das toll. Wesley Snyder wird direkt befragt. Streitet alles ab. Treffer gilt. Ja. Massiv zeigen V-Spiel an. Ja, komm, würde ich als, als Snyder würde ich da auch nicht sagen. Hier, nee, doch, hier geschubst habe ich, ne. Oh, nochmal Chance. Ui, 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 ui. Fünf Minuten gibt es oben drauf. Jetzt macht mal hinten dicht. Ne. Jetzt nicht nur einen reinlöffeln lassen. Uh, nochmal eine Chance. Glanzparade nochmal. Von André Hansen. Kopfballversuch da von Huntelaar. Aber jetzt ist es leider mal wieder im Schuss aus der, aus kurzer Distanz schießt er da. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gibt Ecken hier nochmal. Aber auch die bringt nichts ein, die siebte Ecke. Ja, Schiedsrichter pfeift das ab hier, die Aktion von Huntelaar. Ja, Erfolg eingewechselt, sag ich mal, ne. Zwei, ein Spiel gedreht noch in den letzten Minuten. Ach, das ist doch schön. Gucken wir mal, sechs Spiele, sechs Siege. Jetzt haben wir das erste Gegentor, mein Gott. Was soll's. Da können wir dann ja gleich von Wulfswinkel einwechseln. So, Militz hat wieder gespielt. Sehr schön. Kirchhoff stand auch in der Endverteidigung. Bender wurde ausgewechselt. Hey, die hat durchgespielt, musste er leider. Ich hätte ihn ja auch lieber geschont. Und Jelle, ne, beim 3-0 nicht getroffen. Was war denn da los? So, Ricky von Wulfswinkel kommt. Angebot für Ruben haben wir hier. Da verhandeln müssen wir es, aber, äh, ich glaube nicht, dass wir ihn abgeben werden. Da, Ricky von Wulfswinkel ist Neubremer für 4,2 Millionen, kommt er also. Ist eine Stange Geld. Aber, solche Spieler brauchen wir, ne? So, 4,8 Millionen. Ja, Sydney 7, da werden wir sein, werden wir ein bisschen, können wir hier eine feste Ablöse einbauen. Wir zahlen jetzt 5 Millionen. Bringt das was? Ohne die ist er bei fair und mit der ist er nur bei akzeptabel oder lassen müssen. Dann lassen wir es, machen wir Abstieg und kein internationaler Wettbewerb. Können wir das Gehalt noch ein bisschen drücken, machen wir 1,5 Millionen. Muss ja auch so ein bisschen passen zu den anderen. So, gehen wir mal das Angebot ab. Ruben hat die Nase voll, aber ich habe die Nase noch nicht so voll von ihm. Verlangen wir mal eine Million. Oh, Elia plaudert interner aus, ne? Ist auch nicht so schön. Muss ja bei der Nationalmannschaft gewesen sein, ne? So, erste Mannschaft, die Spieler sind wieder da, das ist doch schon mal gut. Gehen wir mal ins Training und gucken mal, dass wir hier, dass wir die Spieler noch ein bisschen fit kriegen jetzt vorm Spiel gegen Köln. Wir müssen schon eine harte Strafe machen, ne? Ups. Wird auf jeden Fall eine fette Geldstrafe. Da verhandeln wir hier auch nochmal. Ikinowski. Ja, Ikinowski. Der kann eigentlich gehen, ne? Sam kommt übrigens, habe ich gerade noch gelesen, bevor ich es weggedrückt habe. Ikinowski könnte gehen, dafür haben wir hier Grimaldo. Den wir hier aufbauen. Und Iggy. Wird das der Wert, ne? 3 Millionen ist der Wert. Ja, mit Iggy plane ich nicht mehr so, ehrlich gesagt. So, Joel macht auch bald wieder ein Ab, ist auch gut. Was mit hier? Herrn Gebhardt, was macht der mal wieder? Oder abofiert es noch ein bisschen, ne? Hat der sich entwickelt diese Saison? 100 Punkte, jo. Komm, man kann man nicht mehr gern, sag ich mal, ne? So. Ähm. Ja, nächstes Spiel steht an. 2,4 Millionen. Sag mal, ab 2,7 können wir reden. Hier bleibt es bei der Mio. Bei der Mio, sagte ich. Stellen wir mal die Forderung. Und dann spielt der Erste gegen den 17. Und Dortmund muss gegen, äh, Wolfsburg rangehen. Die wir, gegen die wir ja verloren haben. Was soll man denn hier, hm? Der Wettklo hat nicht gespielt. Wie sieht es denn aus in der Team-Hierarchie? Militz, ne? Da müsste ein bisschen, der Militz, der müsste sich noch ein bisschen mehr einbringen, ne? Kann man das sagen? Ne, leider nicht. Wer ist da noch in der Hierarchie? Bender ist der Kapitän. Wird aber nicht akzeptiert. Aaron Hunt vielleicht? Team-Analyse. Ähm. Können wir leider nicht reden aktuell. Na, dann loben wir halt mal ein bisschen die zweite Elf und reden ein bisschen mit denen. So, ich gebe im Training alles hier. Ja, den müssten wir mal wieder einwechseln, wenn es geht, ne? Das wäre schon... Können wir ja körperlich noch mal ein bisschen stärker. Okay. Sieht er nicht so. Kobi-Lanzki gibt im Training alles. Den Maldo könnte körperlich vielleicht noch ein bisschen zulegen. Sehr schön. David, äh, können wir nichts Gutes sagen. Ja, auch nicht Laureda. Der könnte körperlich stärker werden. So, das war's dann mit den Gesprächen. Ich sollte ja noch mal in die zweite gucken. Da wollte man noch mal von Laureda die Werte sehen. Ja, Toricher, der sieht gut aus. Das ist auch das aktuelle Ziel. Schusskraft und Fernschüsse. Ja, da müsste man noch ein bisschen arbeiten, ne? Sind die drin in den Trainingszielen? Schusskraft auf jeden Fall. Die Schusskraft ist da auf jeden Fall drin. Vielleicht müsste man auch mal, äh, den Toricher ein bisschen nach unten stellen. Hat er ja guten Wert, ne? Stellen wir den mal ein bisschen runter. Vielleicht geht's da ein bisschen schneller bei ihm. Was ist bei... Ja, wir quatschen uns heute wieder um Kopf und Kragen, ne? Da ist die Schnelligkeit, die er trainiert. Können wir mal ein bisschen runternehmen. Reichstoß können wir gänzlich entfernen. Vielleicht noch mal... Ja, das kann er eigentlich, ne? Vollis, Fernschüsse. Oh, der hat gute Werte, ne? Der hat richtig gute Werte. Geben wir noch ein bisschen Training... Äh, ein bisschen Beweglichkeit mit hinzu. Sollen wir mal gucken. Gut. Erste Mannschaft gegen Köln. Ja, sollte so durchgehen. Hoffe ich mal. Dass die da motiviert sind. Machen wir auch im Textmodus. Und willkommen im Wetterstadion, heißt es gleich so. Achtung, sind gefährlich, sagen wir. Ne? Vor den unteren muss man immer so ein bisschen warnen. Wir wollen ja... Die deutsche Meisterschaft, haben wir uns schon überlegt. Ja, kann man, glaube ich, so als Team... ...als Ziel, äh... ...ausrufen, denke ich mal. 27. Der Spieltag. Und Anpfiff. Es geht los. Ja, gleich mal mit ordentlich Biss. So muss das sein. Und Köln hier. Meldet sich nach 5 Minuten. Direkt vom Werder-Tor. Glück für Bremen. Oha. Die Kölner hier. Da müssen wir gleich mal sagen, geht drauf. Gefährlicher Freistoß. Freistoßchance für Köln. Kiyotake steht bereit. Läuft an. Boah, Militz. Konzentration hier. Beim Anfang. Köln ist am... ...am Drücker hier. Die wollen hier in Führung gehen. Wieder ist es Köln. Ja, Konzentration. Kann doch nicht wahr sein. Ecke von rechts. Gibt nochmal Ecke. Dem man Kilo hier klärt. Ui, ui, ui. Ich lege auf Zug plump da. Glück gehabt. Nach Viertelstunde meldet sich mal Bremen vorm Tor. Bender mit langen Pass auf Hossen. Gibt aber nochmal Ecke. Wird abgegrätscht vor Maro. Und da ist das 1-0 nach der Ecke. Das gibt es ja nicht. Sven Bender macht das 1-0. Ecke Gottküff. Der Ball wird von Gottküff in den 5-Meter-Raum geschlagen. Bender kommt zum Kopfball. Aus dieser Entfernung kann man mehr als... Kann man als Torwart nicht mehr machen. Ja, und der Stahl ist ohne Chance hier. 1-0 Werder. Jetzt reagiert Köln natürlich mit. Körperlich dagegen. Wieder gute Möglichkeit hier von Arnautovic. Nach Ecke wieder von Gorkküff. Bremen war jetzt drin im Spiel. Gorkküff wieder auf Elia. Der Holländer ist links durch. Bereitet mit einer flachen Hineingabe. Doch Hector kann ihn abwehren. Gibt erneut Ecke Dritte schon. Gibt ihm gleich die nächste hinterher. Eckenfestival hier. Und Glanzparade. Von Unterstahl. Den Ex-Schalker. Welch ein Schuss von Vossen aus 30 Metern. Und wieder gute Chance. Nach einer Ecke. McKenna rettet auf der Linie. Unfassbar. Dann können wir mal reinrufen. Weiter so. Sieht ja gut aus. Nächste Möglichkeit. Tor. Das 2-0. Für Werder. Jelle macht's. Nach Vorarbeit von Jan Kirchhoff. Da knallt es in Bremen. Jan Kirchhoff ganz unbedrängt an der Außenlinie entlang. Sein Pass in den Rückraum. Zu Jelle Vossen. Der aus 18 Metern Maß nimmt. Und flach ins kurze untere Eck trifft. Tja. Gottkiew muss kurz seinen Schuh wechseln. Da in der Zeit. Macht Werder fast das nächste Tor. Ei, 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 ei. Eine Riesenmöglichkeit da. Ja, meine Hand holt sich den Karton ab. Halbe Stunde durch. Bremen führt 2-0. Nach guter Anfangsphase der Kölner. Nur noch Bremen aktiv hier. Und dann fällt das 3-0. Es muss fallen, ne. 26. Saisontor. Vorarbeitet man wieder durch Gurt Kiew. Sieht den Gestaltung vor. Bedient ihm sehenswerten Pass. McKenner hebt zunächst das Abseits auf. Blockiert dann den Pass von Vossen. Der zu Elia. Und wieder zurück zu Vossen. Der dann zum 3-0. Achso, den Pass auf Elia blockt er dann zu Vossen. Der dann zum 3-0 einschiebt. Ja, super. So, sagen wir mal. Hier schön Kontrolle übernehmen, ne. Das sieht ja gut aus. Gucken wir vielleicht mal Back auf rechts schmeißen. Müssen wir mal gucken, ne. Dass wir da die etwas nicht ganz so fitten Spieler vielleicht nochmal ein bisschen schonen können. Na, mal einen Tipp vielleicht bringen für Kirchhoff. Dass er ein gutes Spiel macht. Ohne Zweifel. Ja, aber die scheint schon gelaufen zu sein, ne. Köln, äh, super gestartet. Hatten hier einige gute Chancen. Dann haben sie es einfach, dann haben sie es weggeschmissen, ne. Nach dem, nach dem, nach der guten Anfangsphase. So, dann motivieren wir uns hier mal durchs Feld. So, bringen wir Joel. Ja, bringen wir auch mal Bargfreder. Hat echt ja lange nicht mehr gespielt. Und, ja, racketet schon mir aus, ne. Drei Wechsel gleich zur Pause. Bisschen schonen. Muss leider an der Autowitsch durchspielen heute. Dienstschluss für Sven Bender. Ja. So ist es. Die Spieler von Werder wirken gelang. Ach du Scheiße. Jan Gebbert holt sich eine gelbe ab. Ne, sagen wir nochmal Konzentration hier. Spieler muss ab jetzt mit einem Riss in seinem Trikot leben. So geht das. Nachher läuft ja bei Bremen, ne. Die Transfers für die nächste Saison sind schon, sind schon fix. Hier fällt das nächste Tor. McKenna, ne. Eben schon die Vorlage gegeben. Quasi jetzt das Tor. Bargfrede spielt gedankenschnell auf Vossen. Der aus den Kasten von Unterstadt zuläuft. McKenna will ihn, dass der der Abgrätschen trifft. Ist aber so unglücklich, dass es am eigenen Keeper vorbei ins Netz trudelt. Und wieder hier Elia, der flankt scharf. Ach. Das ist guter Fußball hier vom Werder. Karin Al-Halmit. Hätte ich mal in einer guten Abwehraktion. Gibt aber die fünfte Ecke. Für die Bremer. Aber ohne Stahl. Das ist kein Problem jetzt ohne Stahl. Wie denn? Ecke Nummer sieben bereits. Gorküv darf elf Ecken trainieren. Jetzt weiß man auch, warum der SFC Köln auf Platz 15 steht. Nach der guten Anfangsphase kam da überhaupt nichts mehr von den Kölnern. Da hat sich der gegnerische Trainer wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft. Darf ich mal, ne? Ein Viertelstunde noch. Dann ist hier Schluss in Bremen. Der wichtige Dreier kann eingefahren werden. 5 Minuten Verschluss wäre noch das. 5-0. Ja. Tatsächlich. 5-0 wäre der die Elia 27. Saisontor. Schmitz flankt scharf und flach in die Mitte. Vor außen läuft der gesamten Kölner Defensive davon. Er scheitert Angreifen aus 10 Meter aus. Und der Stahl war der Nachschuss. Den stolpert er dann rein. Saisontor 27. Das ist auch schon eine Hausmarke. Ich hoffe, wir konnten dann damit auch ein bisschen die Frustration vom Bargfriede nehmen. Ja, holt sich da das Foul. Holt sich die gelbe Nummer ab. Dann ist hier Schluss. 5-0. Das ist mal eine Hausmarke. Dortmund verliert zu Hause. Das heißt, wir haben uns richtig Vorsprung rausgearbeitet hier schon. Könnte mit der Meisterschaft ausgehen, ne? Nürnberg seit 5 Spieltagen auf Platz 6. Ist ja auch nicht schlecht. Und wir sehen, Juventus Turin steht vor der Tür. Gutes Angebot hier. Der Hattrick von Vossen. So, gescheitert, gescheitert. Zahlt sich aus. Ruben fällt auf. Neue Erfahrungsstufe. Wieder nur unentschieden. Aber Laureda trifft. In der zweiten, da läuft es nicht so gut, ne? Muss man denn mal sagen, wie lange ist er verletzt? Ja, nicht lang. Ist gleich wieder einsatzbereit. Oh, Prödel wechselt von Lüttich zu Pireus. So, da sind wir also. Die Woche sieht jetzt, sieht der Manager jetzt voraus für uns. Und ich sag mal, ne? Bis, bis zur nächsten Part. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.